So und herzlich Willkommen zurück bei Just a Fincy, hier jetzt live dabei bei Warzone und wir gucken jetzt mal Geh mal hier hin, aber nicht verraten jetzt, ne, hier Ah, ihr erlebt jetzt den absoluten Obernoob, überleben kann ich schießen nicht, aim ist nämlich nicht Dementsprechend dürft ihr nicht so viel erwarten, let's go Oh, auf in den Port, in die Kräne Bisschen weiter hinter, oh oh, fällt mir nicht, da ist schon einer Jawoll Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren Nix Oh, ne Leute, ich bin nicht so gut im aimen Und ich bin auch nicht eingespielt, das ist mein erstes Game heute Direkt mal Aufnehmen Panzerplatten sind immer gut Ah Das gefällt mir nicht Oh, ne, 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 da schießt schon einer auf mich Verpisst euch Ich geh jetzt wieder hoch Rainer So, ein bisschen Gewichser Belastend Ja, ne, ich glaub, der hat was krasseres als ich Ich glaub, ich sag das mal Oh, moin, Alter Gisch dir einen halben Herzinfarkt hier So Komm, ab dafür Oh, schön Holz vor der Hütte, Alter So Wir sneaken uns mal nach hinten Am Rand der Map Weil da haben wir zumindest von einer Seite schon mal Deckung Weil vom Wasser aus kann keiner kommen So, das vergessen hier ganz viele Ja, es ist auch nicht immer viel Aber es ist wenigstens was Und es ist einigermaßen safe hier Muni ist immer gut Da haben wir so einen Ja, lach mal Was willst du denn machen, hä, was willst du machen Hoch da jetzt Ja, hallo, hallo Ist hier jemand? Ist hier jemand? Hallo? Da oben ist jemand Fuck Ich hab keine Deckung Lass mal hier zu den Felsen gehen Da erwartet mich keiner Vielleicht Uh Kann man den dann wegsnapen Wegsnacken Wegsnackeriden, Alter Das ist belassen Ha, locker flockig Lass mal da hier jetzt hingehen Ich bin da ein Fan von Ich bin da ein Fan von Weiß nicht wieso Ey, alle So, ähm Was sind das hier eigentlich? Ne So denken die Leute vielleicht noch, dass es noch ungelootet So denken sie, es ist gelootet und schau nicht rein Geld ist immer schön Geil Da ist doch noch eine Kiste, ist doch safe oben Ah Gönn Gönn Nehm ich, nehm ich Ne Quatsch, brauchen wir nicht Wie weit habe ich eigentlich noch vom Gas weg Ach, das ganze Meer zählt auch noch Obwohl man da eh nicht rein kann Das ist cool Da bin ich relativ safe Ey, warte mal Ich wollte ja hier hoch Fuck Komm Komm Backen, backen Glitschen, backen Alles Ach, leg mich im Arsch Oh, jetzt auch vielleicht außen rum Nur weil ich es verrafft habe Oh ja Da ist eine Straße Danke dafür Das ist die Frage, ne Ob jemand ist oder nicht Ich höre Kisten Dürfte keiner da sein Sexy Das ist mir tatsächlich wichtig Weil Wenn ich schon mal safe hier looten kann So hier außen rum sind auch ab und zu noch in diesen Containern so Zeug Da ist noch eine Panzerplatte Achtung, Drohentreibstoff wird knapp Zurück zur Basis zum Nachsatz Ihh, Drohentreibstoff wird knapp Aber ja, nee Mama Das ist jetzt schon mal kein dreistelligen Platz mehr Der 78 bis jetzt Ist doch vernünftig Hier ist hier nix Ah, gell Goll So Oh, ein bisschen verschwitzt hier an der Hand So kann man nicht aimen So Was haben wir denn da Legolas Was sieht dein Auge Oder so Ewig hier, dass ich es gesehen habe Sollte ich mir auch mal wieder anschauen Ja Viele Schüsse Ich sehe nix Typischer Finzi Just nix So vom Auge machen her Aber Digga Mach mal kein Auge Ey, ich habe jetzt echt einen neuen Rechner und so Da sollte man meinen Das ist ne geile Quali und so Aber Weiß nicht Das ist Besser als so mancher Ich höre ganz oft ganz viel, dass da manche echt auf Ranz spielen müssen Ja moin, Alter Jetzt geht es da drüben ab Ich bin blind Alter Wassereffekte Voll heftig So das sollte man meinen Als Sniper kann man mir ein bisschen absnacken Kann es aber nix snacken So warten wir mal ab, was die Zone jetzt sagt, wenn sie hier ist Irgendwie sowas wie guten Tag, hallo Ich bin der Günther Sowas in die Richtung Oh, 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 oh Wir sind noch voll in der Achso Ja Ausrüstungslieferung Snackt sich die jemand Da kann man schon mal Auge machen, ne Vielleicht snackt das sicher jemand Da kann man ja mal hier So Einmal ganz kurz Maus richten hier Ja, so fühlt sich gut an in der Hand Und wohin müssen wir denn? Ah, das geht ja, ne Voll in Ordnung Die will halt keiner Ja, komm Fliegen ist zu gefährlich Wir haben noch Zeit Ein Schnüppel runter Schnieschnall Schnüppel runter hier So So viel zum Fallschirm Zack Immer hier die geheimen Spots nehmen, Leute Immer die geheimen Spots Wenn ihr Zeit habt, nutzt sie Weil Da sieht euch keiner Zumindest ist es unwahrscheinlich, dass hier einer rumirrt So Und dann können wir jetzt von hier aus Hinter uns ist jetzt Wasser Da kann keiner kommen Von da auch unwahrscheinlich Ne Das sind die Tactics So Sneaken wir uns doch mal Oh, ich lauf jetzt doch ein bisschen offener als ich wollte So sollte es auch nicht sein Oh Oh, ähm Ähm Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verschätzt hier Immerhin kommt das Gas Ne, schaut doch gut aus So wie ich Kann man da nochmal schnell was kaufen? Schaffe ich das? Die Frage ist eher, ob ich da hochkomme Ne? Ja So, hier dürfte eh keiner sein Ich glaube, ich bin hier sicher Schnell nochmal selbst Wiederbelebung kaufen Oder Gas? Komm, Gasmaske Ich glaube, ich kann mich hier eh nicht wiederbeleben Die meisten finischen einer instant Gibt es wichtigere Sachen Laufen Ja, eben mal die Treppe nehmen Hat die Oma gesagt Ne? Es ist gesund Euder Das hat ja auch genau so gesagt Mit dem Euder Das ist wichtig Boah, das gefällt mir gar nicht Die Schüsse, Alter Keiner hier sehen, Alter Oh, viel zu auffällig Hat ich schon wieder auf dem Dach, ne? Ne, ist sie nicht Prank Ne Mission Das Haus Das Gas breitet sich aus Sicherheitszone wird verlegt Ich höre eine Kiste oben Da kann gar keiner sein Warum sneak ich? Och, das wollte ich gar nicht Dachte ich mir Epic Loot voll geil Das ist die bescheuertste Quest, finde ich, die es gibt Ja, nehme ich Alter, das ist ein Batzen Geld So Hä? Wollt ihr mich trollen? Als ob? Oh, nee Ich werde dich verfolgt, Alter Wahrscheinlich habe ich mich damit Jetzt auch noch gezeigt Aber das Da hinten geht die Party Aber Ach, easy Cool Kopfgeld vereitelt Das Zielobjekt ist außer Reichweite Ja, ist in Ordnung, kann ich jetzt mitleben Das Gas weitet sich aus Sicherheitszone Ach, komm Dann dürften mehr von links kommen nach rechts Die könnte man sich Komm, ich zirkuliere mal über rechts Ja, komm ich dem ganzen auch näher Bin aber immer noch am Rande meiner Deckung Das ist gut So Nebenbei Gesagt Die man auf dem Dach Die man sich mal schnell wechseln Nähen kann Oh, da war doch Das Baum ist bloß im Weg Bist du jemand? Dafür verrate ich mich jetzt aber nicht Ich bin ein Verdacht Da irgendwo sind Schüsse Was ist denn der? Warte doch jetzt Also Wirklich Da quasi Irgendjemand Okay Was tut der denn? Der kommt zu mir Nee Ja Das war dämlich Das war richtig, richtig dämlich Wieso mach ich denn nichts, Alter? Ja, 26 Komm Von 150 Mit einem Kill Ist belassen Es ist halt einfach belastend Naja Damit Verdanke ich mich fürs Zuschauen Aufstieg Gerne liken, teilen, kommentieren Weiter erzählen Ich kenne die ganze Geschichte Und das ist natürlich auch geil Und dann bis zum nächsten Mal Tschüss Ich kenne die ganze Geschichte Ich kenne die ganze Geschichte Und dann bis zum nächsten Mal Ich kenne die ganze Geschichte Vielen Dank.